So, machen wir Schönes darum ein Schnurr, dann Nein, bloß nicht Sollen es den Hälber? Servus Oh, 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 oh Oh, 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 oh Alter, ein paar hundern Und er redet ja mit Leuten Nein, ja, nicht Soll ich wechseln oder? Mit Sandsund, mit dem Sandsund Äh, ja. Ja, genau. Ich bin alles hier, ne? War schon auch ein anderer, ja. Was? Andere, Mann? Jawohl. Ja, passt. Ne, wir haben Model Cup, eine Cup. Warum lassen Sie jetzt die andere dann? Also wir kriegen den Arbeiten nicht mehr von. Ja. Den Knopps. Knopps, Knopps, Knopps. Knopps, Knopps, Knopps. Den hat sich noch bis auf den Kopf gekäppt. Ja, das ist ja. Die sind dann irgendwie auch so langsam bei ihm. Ja, die sind immer schwer. Hey, rechts! Aua! Ja, super, da muss ich meinen auch nicht machen. Ach, das war deine Streiferschuss? Ja. Das ist aber geiler, oder? Sind wir wahrscheinlich alle gegen einen verlieren, oder? Hallo, zwei, hallo, zwei! Ja... Was schnitt's nicht? Nein, wir schnitt's nicht. Ja, wir schnitt's nicht. Ja, da zwei gibt's nicht. Das ist die Check-In-Werse, ja. Ja, hallo. Ja, die hat jetzt alle drei von uns umgerauft, oder? Ja, eine! Ja, das war... Kann ich nicht nur die Handicap, oder? Das meiner, die ... Die Zeit haben's geelt einfach eine Chance! Das hat ja großen Lärm. Jetzt muss er den Schluss schon jetzt ... Zeug das lang, ey! Also, jetzt ... Jetzt weiß er's! Jetzt hab ich die Schnauze! Ja, ich hab jetzt ja ... Jetzt hab ich die Schnauze! Ja, und eine stellt rechts um das, glaube ich. Genau! Ne, eine rechts um! Wenn das rum, dann kommt das! Ich muss jetzt auch mit dir schauen, ob ich die Schnauze noch mal ... Das läuft alle einfach, wenn ich reinhau' Ja! Was denn jetzt? Ja, er ... Das ist ja irgendwann meine Geheimwaffe. Die Geheimwaffe ich dir eh, aber... Aber bei mir hilft es ja noch ein Weiß. Fuck! Yes! Jetzt sind sie neu wieder weg. Aber ich habe ein bisschen Zölf. Ja. Willkommen, das war von der Sommers. Oh! Boah! Ne, bei einem Tom mit Puppestück. Ha! Na, dann musst du euch werfen noch. Ich glaube, Tom sieht es gar nicht aus. Den füllen wir auf der Plattform oder... ...gab mir den halt wieder hoch. Aua! Na, okay, dann ist es weg. Ich glaube, so ist es jetzt rum. Das ist ja irgendwann mal so schlecht. Ja, da treu ich nicht. Scheiße! Wenn sie wissen, wenn sie rechts gestanden war, dann hätte ich dir hilft. Ja, da haben wir... Ja, da haben wir... Ja, da haben wir... Ja, da haben wir... Scheiße, ich habe schon etwas gehabt. Ja... Ja, da ist wieder einer. Ach so... Das bin ich. Zum Beispiel... Ja, da haben wir sie rein. Ja, ich habe es noch. Wie war es denn, Eiver? Ja. 15... Ich habe einen Raten, aber... Bei der Basis kommt einer. Gibt es ein bisschen hoch? Ja. Da war er links, rechts. Hinten war der Basis. Der ist schon ziemlich weit. Oh, da kommt noch einer. Da ist noch einer hinten an der Baden. Hast du? Ja, in Sansen habe ich, oder? Was machst du jetzt, Roni? Nein, Roni, kannst du dich noch mit anderen beschäftigen? Willst du es lernen, oder? Ja, gerne. Gehen Sie bitte raus, weil ich mir jetzt noch ein paar Vokabulare und so weiter durchmachen muss. Spanisch? Ja, du kannst mal. Das ist geil. Spanisch? Wieso ist der Spanier dabei? Ja! 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 Simon ist ja... Ist doch mal eine Spirilla-Kontos-Requise. Geh auch nicht in den Satz, meine ich. Da macht das auch keiner. Das ist nicht ich. Sie weiß, was das heißt. Ja. Was noch? Das ist... Nein, du erklärst, weil ich mir eine Gasmaske aufziehe. Sie sind doch gar nicht. Nein! Was noch? Was noch? Ja. Ich erkläre das nicht. Ja, aber du sagst mir, wenn ich... Das ist doch eine Gasmaske, das ist eine Staubfiltermaske. Ach so. Aber das ist ja jetzt doch geil, oder? Ist ja was gelinnert. Man kann schlechter mit dir zum Bauern. Ich sehe ihn meiner Dacken. Nein! Nochmal! Du musst deutlicher reden. Das ist ja gerade das Coole zu euch zu stellen. Hallo! Und jetzt soll er den Daniel mitspulen. Ja, 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 ja. Der muss ja noch einiges lernen und so. Ja, das sind Killerspiele, die der mitspulen. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Stimmt. Ja, ichang nicht im Kack. Ja, denn hier noch einies. Ich konnte gebrauchen. Ja. Wenn du siehst. Ich kenn dich aus und du bist?" Da sehe ich da links Jetzt soll ich da wo die Zome haben Sie da links? Ja da an dem Schuh Links oder rechts? Boah, das wird mal schlecht bist du Ich bin ganz schlecht 2x 3, Mensch, das bringt mir nichts hin und nochmal schlecht Gebt wir, gehen wir rein Ja, gehts 2x 3, ich gebe jede Ja doch, passt rein, rechts oder 4x Jetzt hab ich da links Hey Leung Riffa Ah, scheiße Ist der oben? Ja, ich glaube Aber wie sie am gekommen sind So wie der Haas zogen Puttlnacke Alter Was war jetzt das? Der hat einmal geschossen und nicht mal hin Was ist alles für eine Streuung? Schroo Der hat noch nicht mal schmackt Das hat man natürlich auch mit dem Schrauben, wenn gibt es ja auch Der hat noch mehr Der hat noch mehr Wo gut gemacht Er hat noch nichts Mit dem Es wird uns alle Der hat noch mehr Der hat noch mehr Von der schluss Er hat noch mehr Scheiße Der erste kleine Richtung Der andere kommt Wo ist Da ist Ah, links Komm her Ja, das war's bei mir. Aua! Ah, okay. Der Richtigwitz kommt weg. Der besteht los für seinen Job. Job? Aber genau, oder? Ja. Du willst schon mal stehen? Jawohl, haben wir... Was ist besser? Irgendwann, was du sagst? Hey, cool, also ich werde zu drinnen, dass ich hier gar nicht geht. Ja, ich wollte es auch noch da hinten. Ich weiß es nicht. D&D. Ah, jetzt sehen wir die Gurke ab. Ja, weil die Mauern sind. Was, bei den Mauern? Jawohl, die Schwerten hat sogar was gebracht. Ja, jetzt, äh... Umgleichbar, wenn wir kommen, dann ist das nicht schon das Ganze. Ja, ja. Jetzt sehen wir so, die Versteckenfahrten aus. Weil die Welt so groß ist, ja, aber da ist es irgendwie, ja, war das Hause. Genau so, was weiß ich auch nicht. zählenme die Erzeugung, dann können wir uns noch kurz nicht. Noooo. Ja, jojo. Ja. Er holt die Jurgenröfen und darum ist sie weg, halt. Zeigendresse ... Klatsch im Sooo- Ah ja! Komm schon! Das wird da ja! Was du wüsstest! Geh links! Das Hand ist weg! Das ist nur noch einer! Hey, hast du gedacht, du bist drei Schuss? Ja, dann in der Höhe! Zack! Obtlendig gäb's dir das, ne? Nein, nein! Komm, nein, es dauert bei mir ewig! So wasche! Gib dir Back-Up! Ich hab ihn schon geschluckt! Weil irgendwie kannst du nicht, was mir gekommen ist! So, hm? Das weiß ich doch, die erwarten wir mal was! Hey, komm! Oh! Entschuldigen Sie? Haben wir aber gut gelöst! Das wird doch so geklärt! Das ist das Lärm oder nicht! 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 Haua! Hm? Das ist ein... Upsing-Ups! Weil die Schwer-Nachbar sind! Ja, der ist am Upe! Ja, der ist denn der da unten! Ich greife ein bisschen los! Also wenn jetzt mal kurz ein anderes Bild kommt, tut mir leid! Ich mach das schon zu dir so! Na! Na! Jawohl! Ich bin nicht! Aua! Das ist der Wahnsinn! Hallo! 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 Was war denn noch? Habt ihr noch einen Schuss mit? Ey, dann soll jetzt mal rum! Das ist der Kabine, der das macht, gell? Ja! Ja! Ja, dann jetzt wird er noch hier! Nein! Ja! Okay! So viel Kinnerein! Was hast du mit? Ja! 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 Aua! Wenn wir so auch noch wollen! Aua! 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 Was soll jetzt noch mal zusammenkommen mit Thomas? Äh! Das war gleich eins, war ja! Ja! Das war schon jetzt gleich eins! Ja! Jetzt haben sie sich nichts erlassen! Ja! Jetzt holt sie ab! Bleibt zusammen, Team! Ich sehe, in der Becken sitzen! Ja, jetzt mal da, und das ist doch nicht! Ja! Ist er denn da oben? Ja! Bist du oben? Ja! 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 Jack saß dich! Paintruf ist gut! Passat! Water Suddenly Was ist denn der Kommissar? Ah, der Kommissar geht auch nicht. Das ist die Mippel. Wenn du sagst, so ein Einkauf eigentlich geht nix. Ich bin jetzt ja schon nicht mehr. Oder eben doch... Komm schon, fuck, wer ist da? Okay. Ah, ja, stopp. Ich bin doch besser. Ah, fuck! Weiß dann. 19.30 Uhr. Entschuldigung. Nicht so schnell tragen. Ja, ist gut. Wenigstens halte ich Sie. Ich hab nur so zwei nach unten geh. Ich bin ja treffer da. Sie hab nur so den Park geht vorbei. Ah, ja. Warum, Kirsten? Das gibt's doch nicht. Jetzt hab ich's die Sniper. Guck mal hier. Lecker. Das war die Kommissar. Ja. Ja. Jawohl. Das ist mein Sniper ist fast klar. Entschuldigung. Die andere liegt nicht da. Ich glaub, dass ich da nicht schlafe. Nein, nein. Die Frauen zueinander bestürzt. Nächsten war der Jacker. Ah, scheiße. Schild vorbei, nämlich nur. Was da haben wir? Basis. Auch die Basis. Ah. Okay. Nein, nein. Jetzt steckt doch mir hinten ab. Öfter. Ja. 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 Aber perfekt gemeistert. hat er Angeln. Ah. Ah. Erах. Oh, ja. Und das war deranzig. Esē effomniet. Irgendwie das schlecht Hä thrive ist mir. Jetzt ganz gutledge... ...doointe? Fahr! Ich bin der Insel, der in die Kasse ist. Jetzt kann ich ihn nach vorne reden. Ich bin der Insel. Aber vergiss. Das muss ich mal scharren. 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 Nein, aber du. Scharren. Scharren. Das ist meiner. Ich will nichts mehr. Vollschuss. Immer um das Ohr. fucking Schuss. Hammer. Ich bin der Insel. Wenn der Beier ist, ist das wahrscheinlich. Ja. Alles klar? Nein, das ist nicht. Denkst du wieder auf dir, oder? Ja, der ist schon geworden. Schau mal, ob der Schwerfer liegt. So, diesmal ruhig. Aber ich bin schon wieder abgeschossen. Das kannst du mir auch schon wieder ab. Einer ist Bayer Schmolper. Der will sich jetzt gleich schnappen. Ja, genau. Ich schätze im 8000 Schuss ein. Der Ton schätze ich gar nicht einen Schuss ein. Nein, ich habe nicht auf den Schwerfer, und dann ist das nicht so schön. Was ist das als Opfer? Scheiße, ich habe nicht mit mir. Opfer? Äh, greifst du da oben hin? Das weiß ich nicht. Wie war es denn, oder? Wie war es denn, oder? Ich schläge da, wir müssen... Oh, oh, Pausikamin, halt. Ja. Wie wird das tun, oder? Wow, passt schon. Ich hätte das noch mal gemacht. Bei mir. Dazwischen, die Magen weg, da war. Ja, oder? Jetzt habe ich etwas gekriegt. Jetzt sind wir da, oder ich geht nicht drüber. So, das Ding wird aber in meiner Biene sein. Ja, das ist ein Platz. Passt schon. Schau mal nicht, dass der nächste Fett kommt. Passt. Schau hinten nach viel. Wohin? 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 Ja. G'nall, sag doch, warte, ja, g'nall! G'nall~! Ah, ja, nein! So! Selma, p'nz' ich! Und du bist da und Lübe? Ja, ich bin schon weg, heißt Sanf. Das ist gut! Du bist weggeführt! Es gibt grad die Waffe, die du jetzt vorerst führt, nur wenn er kommt, oder? Ja, ist logisch, aber ich nem hier halt nicht, überhaupt's nix mehr ab. Ich mach' es dort! Ja! Wenn ihr so sitzt da, was wollen wir 이건? Auf der Basis! Was soll ich los? Ich schau'n' jetzt nicht! Von hier! Soll ich da nicht mehr spielen? Boah, jetzt kommt der Ende, oder? Boah! Ich will den in der Blink! Weil, kennst du den Snacker? Und nix mehr mit dir! Blink! 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 Ah! Wie Otherwise... Ja, ich war also nicht hinterlegt, aber dann fangen sie mir aus. Ja, was soll ich noch machen, wenn du noch 2. reinkommst und es probierst. Willst du jetzt wieder restart the round? Die ist ja noch in der Basis, glaube ich. Ja. Gut, jetzt machen wir einen Sturm. Komm ich da? Komm ich da? Ja, ja. Der Sand ist ja nicht weg. Was soll das? Ich hab gar nicht geschossen. Das ist ja noch ein paar Worte, oder? Diese Worte sind ja noch... Oh! Holla! Das war der Sand, aber wo ist der Schildding? Die Erfing, weil es ja nicht kommt. Warte, 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 warte. Willst du die Worte? Werden die eingeschalten? Kommst, genau. Ja, wir haben auch ein bisschen die Worte, ja. Oh, ich schau'n sie da mal rum. Uns hat aber auch alles recht gewöhnt, zumindest auf meiner Seite. Nein, aber... Halt, vor hinten, runter. Fahrgast. Rippen. Warte, oder? Soweit die Saison gut kommen, ne? Nichts geht, nicht mehr. Wer ist da keine? Wer ist þeig? Und da ist er leicht? Ja. Ja, ich geh nicht weg. Ja. Was stimmt's. Ja, kommt an die Hörder oder? Ja. Scheiße! So! Ah! Momola! Nox here! Soll ich hin! Nox here! Sagst du zu Leid! Bam! Po! Dann krieg ich immer einen anderen! So! Das ist immer weiter, weil die ganzen Hälter-Videos abfüllten Mist! Wenn da einfach No-Fly-Zexen ist, dann hast du dir wahrscheinlich gehabt, dass du es du bist, damit es jetzt irgendwie ganz genau oder so zu bist! Kaffee, für die ist ja geil. Ja, das weiß ich auch. Warte, ich komm bald. Nein, für mich ist einer. Ja, Kaffee, zehn wieder oben musst du nicht. Was? Zehn wieder oben musst du nicht. Du brauchst noch viel Distanzen müssen. Zehn wieder wohnen musst du nicht. Ja, wurscht. Ja, ich stehe immer da drauf spekulieren, dass du andere auch hier riebst. Du musst jetzt auch mal reinziehen. Picks, war das richtiges Ding schon wieder drin. Das war auch, wenn ich ausgeschossen hab. Was ist das jetzt? Ja. Ich glaube, das ist ein bisschen schlecht. Warte mal, weil du jetzt. Simon! Simon, was ist die Musik? Hinter, hinter die Tür. Aua, habt ihr ein bisschen nach mich? Nein, er sieht einfach bloß mich. Er sieht einfach, wenn ich Klaasal wieder kippe. Ja, ich weiß noch, wenn ich Klaasal wieder kippe. Ich auch, er muss noch einmal. Ja, was ist das nicht? Machen wir noch mal. Es wird nicht schlecht. Nein, nein. Das war auch nicht so schlecht. Machen wir den Terminal noch mal. Ja, der war doch dann entspann. Ja, der war doch dann entspann. Der hat das Terminal, eigentlich. Wieso geht das erst so gut? Ich hab nichts mehr geingämpft, oder? Nein, das machst du doch mit Absicht. Ja, genau. Vor allem zum Schluss. Ja, der hat mich geflogen. Ja, der hat mich geflogen. Ja, der hat mich geflogen. Was unsere ... Ich wollte nicht sagen, was ich soll. Ja, okay, dann machen wir den Terminal, oder? Ja, der hat mich geflogen. Ach, der hat mich geflogen. Hier haben wir Masch FM. Jaja, ich denk hier noch mal. Ich đến morgen wieder. Ja, wir sind gleich zu machen, aye... ... fangen wir wieder aufeinander. Ich habe zum Schluss Mummyセonet. Ja, genau, x2.... Was ist denn das, Fifi? Was ist denn jetzt schon da los? Ich weiß nicht, ob ich es gesehen habe. Ich weiß nicht, wer oben ist. Das ist das Ding. Ja, wieso? Ja, was ist denn jetzt los? Er springt mal drüber. Geben Sie auch mal, ich schaue noch. Ja! Er hat den Sieg für uns ja rausgeholt. Machst du nicht gleich ab, du musst mal der Tom Zeug rumholen? Was ist denn das? Was ist denn das? Also, entweder machen wir das Ding voll oder angemalt. Ja, siehst du mal? Also, so machen wir es in der Action. So weit ist es noch. So weit ist es noch.